Ja und hallo und herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Wir haben so ein paar kleine Programmfehler, aber ist mir jetzt egal, ich spiele jetzt trotzdem. Guck auf die Uhr, wir haben keine Uhr hier. Das geht ja nicht, ich sehe nichts. Ja, ich habe drauf geguckt, merkt ihr 50? Das merke ich mir eigentlich nicht. Braun. Ja, Mr. Braun. Zahl, Riff, Braun. Na, komm her. Kornkochen gegen Mutterbeeren. So läuft es hier. Kornkochen gegen Mutterbeeren. Ja, hallo, ich will... Magenstund hat Gold gemunt. Um Himmels Willen. Der will nicht mit mir reden. Ja, dann lass mich. Läpp mich. Müssen eh woanders hin. Wir hatten ganz am Anfang des Abends vorgab, dahin zu laufen, zu dieser Siedlung. Wir haben es immer noch nicht geschafft. So, ich wollte über die Brücke. So weit, so viel weiß ich nicht. Guck mal, Leichen. Ich muss da lang. Ich muss da lang. Oh, Mann. Los. 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 Fahr. Kannst du es hochheben? Nein, es geht nicht. Was steht da? Beantown Burrow. Ach so. Ah, darüber haben doch die einen da unten gelesen. Ich nicht gelesen. Du hast gelesen, genau. Von Red Ribbon Company, wie hieß denn die? Ich hab schon, ja, das Reds 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 Reds. Ich kann nicht so viel, dass sie so hieß. Oh, warte, ich mach mal, damit wir das gelaber nicht noch mal tragen müssen. Wenn ich ein Super wäre, will ich auch Reds 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 Reds. Fuck. Scheiß. Roter Rakete, Roter Art geändert. So, also noch. Soll wir in die Bauerei eingehen? Nein, es ist versperrt. Nein, es ist versperrt. Ich kann es knacken, ich kann alles knacken. Sogar mein Herz. Dein Herz hat schon lange geknackt. Das war's. Den, 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 den. Ich bin auf Energy Shoe. Nein. Ich brauch gleich nochmal einen, wenn man das schmissen hier. Ich bin mein dritter. Mein zweiter ist hier. Ich bin voll hinterher. Ich muss kein Heißer machen. Klabaster. 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 Das ist Klabaster. Nein. Herz. Klabaster. Vorsicht. Was denn? Da oben. Schieß den Kopf. Verdammt. Toll. Weck mich. Ich glaube, da ist jemand. Ich treffe dich nicht. Die stehen einfach vor dir. Oh. 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 Ich bin gestorben. Ich hab IP bekommen. Wo kam der? Alter. Ich hab doch beide Arme geworfen. Ich dachte gar Preston wenn die Luft. Wenn ich traurig ist gewesen. Na ich verschwaffe. Fuck you. Das läuft ja super. Und bei mich haten. Ich bin nicht gestorben. 3, 4, 5 Mal. Ich bin aber nicht gestorben. Ich hab nur geladen. Geladen. Ich hab ich gemerkt. Ich hab's nichts. Irgendwo da oben. Toll. Ich will nicht himnen den Stimpex hab. Ich glaub hier weich wie in einer Quest auch mal. Ja. Ich weiß auch welche. Ich weiß auch welche. Ja. Ich weiß auch welche. Börse. Bob der Meister. Bob der Meister. Keinen wir da schaffen. Ja. Das Schaffet gibt's immer noch. Gibt's Bob. Yup. Gibt's die Kita. Gibt's die Kita gibt's Tomus noch. Tom ist die Lokomotive. hier verkauft man so mehr ja genau das kenne ich noch er gab es mal so Fäckes Serie von Thomas die die Nazi-Lokomotive gibt's noch Prozent gibt es ein Blut das Club oder auch auf Erzimmer morgens bevor ich zur Arbeit gegangen bin gesehen Prozent das ist so so was das auf meinem Notizblock schreiben Prozent 2 die Serie für die also einsteig sauf nicht zehn mieter auf Hause er sollstet sich den Haus so gut wo da 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 ein Schraubhuber ein Schraubhuber in der Toten Ach, das ist dieses Braurezept. Das braucht man später noch für etwas. Das will ich jetzt noch nicht verraten. Ich hättest was verraten. Du hättest was verraten. Ich, ja. Äh, was ist... Achso, das wäre ja irgendwie so... Ein Schreibtisch. Ein Tischschreiber. Ein Tischschreiber. Das ist viel lustiger, wenn man alles umdreht. Die... D-A-L... D-A-L... Nein, D-A-L... D-E... Ah, toll, Bier. Das wäre auch so einfach. Äh, jetzt kannst du ja nur noch was mit, äh... Äh, 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 Gier. Ja, dankeschön. Oh! Was? Ah, Probleme. Die Crew wird langsam nervös. Haben sie noch jede Menge Bier, aber das Essen wird langsam knapp. Berecht doch Bier. Ist doch flüssig, Nahrung. Hab Sparta und ihre Crew aus dem... A-A-D-T-S-L losgeschickt. Was haben die noch mit ihren Abkürzungen? Um was zu finden. Aber wenn die nicht bald etwas Essbares auftreiben, wenn die Jungs abhauen. Das staatliche Vorratslager, wo wir schon waren, wäre die beste Lösung. Aber die Eltern von Lily und Red to Red haben den Schlampen wohl nie beigebracht, dass man seine Sachen miteinander teilt. Wenn wir nichts von Sparta hören, werden wir bald einen Angriff wagen müssen. Hab Scheiße gebaut. Wir haben, äh, versucht, das Lager zu stürmen. Aber bei Lily, Red und ihre Crew haben sich die... Da wie Zecken festgesetzt. Haben die Hälfte meiner Männer erledigt, bevor wir abhauen konnten. Drag... Ich wollte jetzt Dreck. Drag und Hook konnten immerhin ein paar Geisel nehmen. Vielleicht können wir sie gegen ein paar fancy Let's-Kuchen eintauschen. Irgendwann brauchen wir jetzt nicht mehr so viel Essen. Jackpot! Lily! Scheiße, das ist Lily! Schlampe will ich überall wiedererkennen. Greg hat die Geisel vom Überfall in mein Zimmer gebracht und als ich Lily gesehen habe, wusste ich, dass alles gut wird. Jetzt wird Red ein Deal mit uns eingehen müssen, es sei denn, sie hätte ihre Schwester gern den kleinen Stückchen zurück. So viel Essen! Ich hab noch nie so viel Essen gesehen. Als ich ihr gesagt habe, dass wir ihre Schwester haben, dachte Red, ich verarsche sie nur. Aber ein Brief von der kleinen Schwester brachte er schnell klar, jetzt kommen massenweise Kisten an und Rekruten. Wenn es so weitergeht, können wir uns dieses Jahr noch Corvega, wo wir auch schon waren, oder DB Techfond nehmen. Scheiße! Scheiße, wie konnte sie entkommen? Ich hab die Schlampe am Boden festgekettet, war noch halb am Schlafen, als sie mich angegriffen hatte. Dachte, ich würde auf ihre Beine zielen. Scheiße jetzt, ist überall Blut! Ich muss das hier sauber machen und die Leiche irgendwo deponieren. Das darf keiner wissen. Wenn Red erfährt, dass ihre Schwester tot ist, wird sie uns einen Scheißdreck geben. Problem gelöst! Heute ging ein Gericht über eine fette Karawane rum. Die ganze Kuh ist los, um sie sich zu schnappen. Nur ist sie leider nie aufgetaucht, weil es die gar nicht gibt. Wenn alle unterwegs waren, habe ich Lily in einem der Fässer deponiert. Ich glaube sogar, dass sie den Geschmack verbessert hat. Äh! Damit wäre schon mal ein Problem gelöst, aber die Gang ist tot. Falls wir nicht weiter Lebensmittel geliefert bekommen, und das heißt, Lelys Brief müssen weiter rausgehen. Ich sollte mich wohl mal nach Stiften umsehen, dass sie überhaupt schreiben können, ey. Red ist tot. Jemand hat Red... Das waren wir. Ob das vorher nicht drinne steht? Warte, lies mal weiter. Jemand hat Red und ihre ganze verdammte Crew ausgeknipst. Ich werde ein paar Leute losschicken, um sicherzugehen, dass wer auch immer den Laden gesäubert hat, sich dort jetzt nicht einnistet. Dann können wir das Lager plündern. Hoffentlich haben die nicht zu viel mitgehen lassen. Ich glaube, steht auch so ein... Ich habe das schon mal durchgelesen, das Terminal. Ich meine, das wäre schon mal... Echt? Wäre cool gewesen, wenn man ihn zuerst tötet und dann bei Red to Red irgendwie liest, von wegen Thomas tot. Ich bin mir jetzt unsicher. Covira, scheinbar hat jemand Jared ausgeschaltet. Das waren auch wir. Ich habe den kämsüchtigen Bastard zwar gehasst, aber er war echt kein Waschlappen. Wir brauchen mehr Knarren. Oh, da stand das nicht. Da weiß ich jetzt wirklich nicht. Ich habe auch erst beide gekillt. Das heißt, oh... Ausgezeichnet. Du kannst jetzt Lattenzäude in Siedlungswerkstätten bauen. Äh, gib mir Red Array. Groncourt war 17 Jahre alt. Da sind auch... Da sind auch eine Ausrüstung mit Taschen. Echt? Hier drin? Mit Taschen, mit Teiros mit Taschen. Das dürfte sogar besser sein. Guck in mir mal. Äh, Kleidung. Das schutzt auf jeden Fall mehr. Und wir tragen ganz mehr. Also, dann gucken wir noch mal. Leichtbau. Ja, auch besser. Oh, was? Ich muss die Waffe wegstecken. Da die Armschienen und irgendwas am Bein, glaube ich. Der Bein war das, was wir von dem legendären Vorhaben... Das hatten wir aber in der Pause... Äh... Ja, das hat man dieses... Das Item haben wir ja bekommen. Das habt ihr gesehen. Hier, das haben wir noch angezogen. Das haben wir aber nicht in der Folge angezogen. Ne, das haben wir zwischendurch angezogen, weil wir ein bisschen Ordnung geschafft haben im Moment. Mehr ist hier auch, glaube ich nicht. Sag mir mal Mutation ein. Ich brauche die in der nächsten Folge. Ich verballere jetzt alles. Jetzt gucken, wie du damit klarkommst. Hm. Du bist sowas von Tome, Tome. Ich dachte, der Affe wäre derjenige. Oh, ich treffe nicht, was man da liebt. Tötest du auch immer die ganzen Affen? Ja, die sind voll creepy. Ich habe die ganze Zeit den Verdacht, dass ich dadurch einen Erfolg bekomme. Nein, leider nicht. Leider nicht. Aber die Dinger sind voll creepy. Ich muss sie töten. Da steht, glaube ich, dass es selber, oder? Ah, ne, da steht... Ja, das ist jetzt nicht berauschen. Da steht nur, dass sie halt eine Führung anbieten, das 25 Dollar kostet und für Kinder irgendwie 5 Dollar günstiger sind. In der Bierbrauerei. In der Bierbrauerei. Guck mal. Kannst du das umwerfen? Toll! Was ist das denn für eine Bowlingkugel? Oh, jetzt habe ich das... Und? Ja, nee. Die hat jemand festgeklippen, die zu... Da, strike! Sich zu nutzen. Jetzt habe ich hier irgendeinen Scheiß eingesammelt. Da habe ich schon bei dir, wäre Schrott oder so. Da, Flasche. Fuck you. Ich habe da immer, äh, Paul Tack... Nee, wie heißt das bei... Family Guy, das Bier. Paul Tackers. Brauerabweary. Ach, äh, ab! Nee, Paul Tucker ist das nicht der, der, ähm... Moderator, Paul Tucker? Nee. Doch. Ist Paul Tucker nicht das Bier? Nee, das ist was anderes. Ach, Paul Tucker ist der... Moderator. Hahahaha. Papapha. Fertig. Oh, jetzt bin ich ganz schwierig. Okay, okay, okay. Wir kommen näher. Das kommt mir bekant vor. Da guckst, 30 Meter. Der Winterfrequenz. Ach so, die sollte man sich mal anhören. Warten wir eine Quest. auch wir sind da bin ich meine reichweite abgeschlossen hat nichts gehört aber auch abgeschlossen was ist das doch ich weiß wo wir sind ja alles klar alles klar nein was willst du ja wo ist das problem sagt mir einfach weil was ihr hilfe braucht es gibt da eine raidergruppe die uns einfach nicht in ruhe lässt sie haben unsere lebensmittel und unsere vorräte und sie drohen uns wenn wir ihnen nicht die meine ratergruppe keinen schmutzigen sachen aber wir können es nicht mit ihnen aufnehmen mach es nur wieder zu wenn du fertig bist ne was ich tun kann gut wir hätten nicht gewusst an wen wir uns sonst hätten wenden sollen ok ok die doke liegt da tato tatus tomatos tatus oh Gott hier lang und dann da alle töten vieles vieles sehen glaube ich da ist das zeichen einer walt ich wollte es mal erwähnt haben ja 88 ne ja schon 88 81 ne 88 glaube ich naja verrat doch nicht alles das sieht man doch das ist ja nichts weggenommen ist da es ist detektiv arbeit ja ich habe daraus auch 88 gelesen steht da nicht im kreis drin ist die hh alter es hört mir jetzt erst auf ja volt 18 und volt 88 18 ist die aha aha 18 88 das könnte mal tag werden leider kann man ja nicht mal einfach so mitten im stehen warten wie damals man muss ja sitzen um warten zu können weil im stehen ich kann mich auch nicht auf dem boden setzen um zu warten was ja keine barbaden schluss für den märz ist es ist nicht so berauschend aber die 8 da wird das halt nicht getroffen fachio 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 ja gut gemacht bis direkt in deckung gelaufen legendärer raider mrs parker was gut was ist der rosa ms summer sommer wo war denn auch da ja die kenne ich gar nicht wow verfiesst euch wow alter schock mich doch nicht so mrs parker ich hab hier peter parker ach mr parker ups rose mrs summer misst ihr euch immer so ran ja für ihn reicht ja wohl normal oh hier hier mrs duno scheiße oh alter ich will ja nein ich will den da ja 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 genau da wenn du schon auf dem boden li- was wie kann der denn da daneben schießen meine äh verliebt noch alter was nein 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 ach quatsch den da was zum zu blutkäse zermitscht alter den hat es aber auseinander ein hoch auf scheiße ich ja ja okay was lebt denn noch nein miss oh scheiße ich bin hier irgendwo in oh das ist die frau oder das ganze Mann getötet oh tatsache ich beende was ich angefangen habe wo ist euer kind haha da kommt gleich äh timothy parker timothy haha du weißt schon dass du dich damit selbst genutzt hast gesundheit nein nein ein holz das ist der erste name der mir eingefallen ist wo ich den mit assoziiert habe haha hat bei den schon wiederer oder haben die gute die jetzt auseinandergenommen die hat es hilft bitte ich trinke jetzt ein ganzes wasser weg so erstmals muss helfen hier das habe ich wohl verdient die haben gar keine energy drinks im vorlauf ah, legen wir weiter gut so reduziert den durch menschen verursachten Schaden um 15% oh das ist gut rüsten wir doch mal aus ne ja Kleidung das kippt man muss aber schlechter als haben wir ja vorher Lederrüstung hä? achso rechtes Mann, rechter Arm rechter Arm ach ne das ist doof dann nehme ich lieber das mit den Taschen ja scheiß auf Energie warte mal warte mal warte mal da lang können wir ja mal hier im Häuschen noch nicht vorbeischauen das knuspert da das knusperhäuschen knusper 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 häuschen der Mond im Hintergrund ballern irgendwelche Leute rum das finde ich auch immer sehr atmosphärisch mhm später wenn man darf ich das erzählen ohne zu spoilern als es die Bruderschaft im Spiel ist äh weiß glaube ich jeder ne und dass man sich da anschließen kann sollte jetzt auch nicht so äh geheim sein und später jedenfalls äh wenn die Bruderschaft wirklich so eingelaufen ist äh nach Boston dann äh fliehen da auf einmal so Vertiboards rum und die landen vor dir und ballern sich da auf einmal so mit Supermutanten die irgendwo so ein Lager haben und ich denke mir so oh ne ein Supermutantenlager hululululul oh geil ich hab da irgendwie so manchmal als ich da stehe und dann höh ich ne ne Fatman explodieren im Hintergrund jaaa dann merkst du dann merkst du nur dieses und so ein bisschen Bildschirm aufblitzen denkst du was ist da passiert siehst du so n Atompilz im Hintergrund ach ich bin schon fast da ich bin ja schon fast da Öh oh 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 Fuck you, fuck you, scheiße Wieso treffe ich eigentlich mit dem ersten Schuss nie? Oh, da sind ja ein paar mehr Oh 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 Komm, tu mal was für dein Geld Ach ne, du bist ja gar nichts Ach man Mit ganz schönem Rückstoß Wieso halt? Hat er den Sympec geschluckt? Ja, aber wir haben so viel Muni dafür, ich will, ehrlich gesagt, die Muni einfach nur nicht von den anderen Waffen verschwenden, für sowas, wir müssen ein bisschen sparsam, komm ja du kleiner Feigling, ich mach dich kaputt, ernsthaft, irgendwo ist noch einer, oder ist das wieder geschützt? Da, ich sehe den Namen eines Geschützes, ist der in der, was haben die da vorgestellt, einen Einkaufswagen? Ach, Nachbar, aber irgendwie sieht mich das Ding nicht, deswegen. Okay, was habt ihr denn schönst dabei? Ja, Muni ist immer gut. Lelelele, hallo, Stimpec? Backstreet Apparel, willst du einen Baseballschläger? So, komm wir, Preston. Irgendein Gitter oder so, mir vorgepackt. Ich habe gelesen, irgendein bekannte Let's Player, ich weiß gerade nicht wer, wollte eine Kakerlake töten, aber die Kakerlake ist so unglücklich in den Mülleimer gelaufen, dass sie den Mülleimer als Schutzrüstung hatte und er die Kakerlake nicht töten konnte und er deswegen fast in einer Kakerlake gestorben wäre. Das war beim Anfangsgebiet, das war im Anfangsgebiet. Das war am Anfangsgebiet. Ich bin immer noch versteckt. Ja, das war voll sneaky Ja, voll sneaky Hallo? Ist da jemand? Katsching! Da war niemand Schlaff Das ist immer so wie bei Skyrim zum Beispiel Wo du so als Bogenschütze Ganz sneaky da rum Oh, da gibt es eine Granate Wo du so rumschleißt Und dann siehst du da hinten irgendwie so ein Vieh Und schießt ihn dann so in den Kopf Er lebt noch Und dann sucht er dich und sucht dich Ah, war wohl nur der Wind Er hat aber so einen Fall im Kopf stecken Willst du jetzt dagegen laufen? Oh! Da stand Entschärfen! Ich hab eh gedrückt! Ja, hast ja Entschärfen Oh, guck mal, hat doch was Gutes gebracht Das Lee sitzen wir so ein bisschen wie ein Baby Was läuft, gerade laufen gelernt hat Und dann auf den Hintern gefallen ist Ist er doch Kleidbrästin Lelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele das ist ein letzter Kampf die der Schmerz der Gruppe der Füße sind wie das fest es was anderes erwartet von ihm das ist von so kommst du nicht in den Rekord oder die sich in den Kopf getroffen von wo ach so wir haben noch die ganze Zeit drauf geguckt schätze die erste die Schrift die war die Falle der nimmt ja automatisch mit wenn ihr schärfst ja es ist so was und so dass sie doch ihr auch schon ausgelöst ja aber trotzdem kriegst du noch ein P dafür was sie sehen 6 EP ich kann nicht drauf geguckt wahrscheinlich sind die alle dahinter ich geh jetzt mal außen rum hast du grad die lass ihn einfach vorgehen manchmal ist man auch so voll ich schleiche hier durch schieße da hinten schieße da hinten irgendwie einen in den Kopf dann kommt natürlich dieser Vorsichtstatue weil da wurde ja gerade einer erschossen und dein Kamerad ist dann aber automatisch im da ist was Modus und sobald er einen Gegner schießt schießt er drauf dann denke ich mir so ja du Arschgeige ich wollte jetzt den nächsten schön hier wegsteilfen und du Penner bist da direkt rein da hallo ich bin der Klaus hallo Zeugen Jovas ich hab den Unfall gar nicht gesehen schieden steht noch einer die Verhauung gar nicht beeindruckt das um zu sagen dass die Höhre seines Freudes die geflogen ist wo wakt klatsch 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 um Hallo, das ist natürliche Auslese. Gepolstert, leichtbau. Metallruss und gehärtet. Ich kann ja mal... Noch haben wir ja Platz. Ich esse mir auch nochmal eine Kleinigkeit. Ich muss ja noch die Sachen... Hier, gebackene Bläfliege. Mag ich privaten auch sehr gerne. Bläfliege. Das war ich nicht, das war die Bläfliege. Die Bläfliege. Uh, da habe ich wohl wieder Bläfliege gegessen. Komm, ich mach mal hier so ein Sicherheits-Safe. Ja, du musst nicht mehr hacken. Das ist so gut geschätzt. Achso, ja stimmt. Kann ich eh nicht hacken, hat ich gerade gesagt. Bist du doof dafür, du kannst du nicht so gut hacken. Ach ja, stimmt. Der Zeitungslesende Teddy mit Brille. Ich meine, das wäre auch ein Easter Egg. Oh. Jetzt habe ich die scheiß Zeitung, glaube ich, eingesammelt. Das ist ins Klo gefallen. Ja. Na? Mit dem Kopf und dem Klo. Erinnert sich das an deine Schulzeit? Was? Das erinnert mich an die Nach... Danach, nach dem Saufgelag. Ich dachte, du wolltest sagen, an die Nachkriegszeit. Ja, das auch. Da war das weird number. Hat sich auch jeden Tag den Kopf im Klo. Ich kann nicht mit draus kämpfen. Ich habe Kotze. Studenten haben das jeden Tag. Oh. 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 Warum kann man das eigentlich nicht abschießen? Oh, 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 oh. Warte. Was ist das? Oh. 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 Naja, jetzt ist vom Euer und nicht mehr so viel übrig, würde ich mal sagen. Ich habe die zu Niki lauter gemacht. Oh, jetzt kommen die gefährlichen Witze. Oh. Er hat mal was Vernünftiges getan. Oh. Ich habe in den Kopf geschossen und der Bauch fliegt so nach hinten. Der hat sich ja nach vorne gebückt. Hm. Habe hier was von einer Post-Data-Untersuchung gehört? Ich habe deinen Kopf an die Wand verteilt. Wem sind denn jetzt hier diese, ähm... Hallo? Geht's Ihnen gut? Hm. Das juckt mich so ein bisschen. Ah. Verdammte Scheiße. Dieser Vaginalherpes. So. Das war gelungen. Und wir werden gesponsert von... Vagicare. Vagicare. Ihr Freund beim Vaginalpilz. Meine Frau hatte immer diesen Vaginalpilz. Jetzt benutzt sie... Oh, was haben wir hier? Ähm... Lost, lost! Jetzt habe ich es. Lost, ist not so lost. Ich habe hier gerade Barbecue gelesen, aber es steht ja Barbarian. Barbecue. Cocknach, Barbecue. Guck mal, hat die Nippel? Oder ist das Dreck? Ich glaube, das ist Dreck. Ach, wie langweilig. Wir dürfen keine Nippel zeigen. Was? Wie... Neu-Patch? Geschlossen. Toll, Meister. Ich habe die Quest eigentlich schon abgehakt, ne? Aber ich will ja hier noch ein bisschen... Ach, guck mal, ich kann noch das Dach. Ah, hier ist eine Werkzeugkiste, die knackig ist doch locker. Nö. Nö. Yes. Äh, Klebeband. Ja, es wiegt auch nichts. Ne, das wiegt mir zu viel. Kamera. Oh ja. Hm, du machst das gut. Jetzt. Komm schon. Komm schon. Komm schon. Das ist die Casting-Couch. Ich bin kein richtiger Agent. Ja. Und sie denkt, sie bekommt einen Modeljob. Wovor meine Freundin Angst hat bei einem Bewerbungsgespräch. Wovor ich Angst habe, wenn sie ein Bewerbungsgespräch hat, dann sieht man so diese Couch. Wer jetzt weiß, was ihr meint, ihr perversen Schweine. Echt denn? Wie könnt ihr sowas nur... Oh, guck mal, das ist für die Pir... Ah, ne, das ist so langweilig. Für die Piraten. Über die Planke. Ist aber nicht tief. Ist mir egal. So, wir schauen jetzt mal hier diese Wunder. Springer von Dach zu Dach. Das schaffst du nicht. Stirb. Speicher. Spider-Man! Und jetzt zu dem da oben. Dem da, ne? Dem da, ne? Oh, wie langweilig. Ich hab gar nicht, ich kann nicht auf das Dach. Wow. Jetzt kannst du herunterklettern. Die, 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 Spider-Pick, Spider-Pick. Das war drei Minuten, zwei Minuten. Was? So? Echt? Ja. Krass, spiel ich schon so lange? Ja. Halbe Stunde. Boah, schon? Ja, wir haben genau 20 angefangen. Sollte ich mir nicht 50 mehr an? Okay, warte. Warte. Das war die Diamond City Sicherheit. Was ist die Diamond City Sicherheit? Ach so, das sind ja, das sind ja gute. Wo schießt du auf die Gute? Ich wusste auch nicht, dass die da sind. Die haben doch kein Namensschild oder so. Nein. Verdammte Scheiße. Das wusste ich doch nicht. Das ist auch so wie irgendein Raider oder so. Wo sind sie hin? Wo bin ich denn gerade? Da ist Diamond City. Soll ich nicht mal kurz noch schneller vorbeigehen? Dann haben wir das schon mal freigeschaltet. Ja, aber du könntest... Warte, das ist noch eine Minute. Eine Minute, das schaffe ich! Wo bin ich? Wie bin ich hierhergekommen? Ich gehe jetzt an allem vorbei hier. Bin ich noch richtig? Okay, hier rechts. Ist das nicht hier schon? Diamond City! Das sieht nicht nach Diamond City aus. Bist du eine Wache? Du bist eine Wache. Ja, Gott sei Dank! Welchen Schildern? Ich bin noch nie von dieser Seite, glaube ich. Ich bin von der Seite mal gekommen. Ja, ich auch. Und ich würde sagen, dass ich hier die Folge beende. Ist das gut oder ist das? Ja, das ist gut. Das ist genau auf die Minute, wenn wir uns jetzt verabschieden. Also nochmal schnell laden. Beim nächsten Mal seht ihr dann wahrscheinlich Diamond City. Ja, außer ich gehe woanders hin. Außer Tim ist scheiße. Also, ciao, ciao. Ciao, ciao.